Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Sie hören, eine Produktion des Podcasts. Sie hören, eine Produktion des Podcasts. Sie haben uns heute Endgame in der Pressevorführung gesehen. Und Michael, was sagst du denn dazu? Wie fandst du ihn denn? Ich sag mal erstmal dazu, wer uns sonst so hören will, geht auf nerdizismus.de, auf Spotify oder iTunes. Kann uns da in Feedreader oder in eure App reinladen. Und wer uns hier schreiben möchte, der schreibt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube oder an info at nerdizismus.de. Und zum Film sage ich, ich habe sehr viele verschiedene Gefühle in diesem Film durchlebt. Also der Film hat für mich als einer der wenigen Marvel-Filme wirklich einen Wechselbad der Gefühle ausgelöst, die nicht nur in eine Richtung gingen. Das heißt, du hast dich auch geärgert? Kann ich ehrlich gesagt noch nicht ganz so sagen. Ich kann ja mal sagen, wie es für mich war. Ohne zu spoilern, sage ich, wie für mich der Film am Anfang war für mich überraschend. Dann war er für mich interessant. Dann war er für mich zwischendurch auch etwas langweilig. Dann hat er mich absolut überwältigt. Dann sind sogar ein paar Tränchen geflossen bei mir. Naja, nicht wirklich, aber ich hatte Pipi in den Augen. Und dann war ich rundum zum Frieden, als dann die Endcredits durchliefen. Ja, ich bin auch so durch den Wechselbad der Gefühle gegangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn gut, grundsätzlich. Auf der anderen Seite, nach 22, 23 Filmen, weiß nicht genau, wie viele das jetzt waren. Es ist der 22. Film. Der 22. Die alle, ich sag mal, ein gewisses grundsolides Niveau hatten, mit ein paar Ausreißern nach oben und nach unten. Ich sag mal so, Iron Man 2 war jetzt nicht so. War ja eigentlich abzusehen, dass sie das nicht verkacken können. Naja, schau mal rüber zu Warner DC. Dafür war Infinity War eigentlich zu solide. Weil das Meisterstück haben sie meiner Meinung nach mit Infinity War abgeliefert. Diese Masse an Cast zu handeln, sinnvoll zusammenzuführen und trotzdem unterhaltsam zu bleiben. Immer im Rahmen eines Comicfilms natürlich. Wir machen hier kein Arthouse-Kino. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Damit haben die eigentlich schon ihr Meisterstück abgeliefert, sodass ich sehr zuversichtlich in diesen Film rein bin. Und meine einzige Sorge, das ist vielleicht jetzt so ein mini, 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 mini Spoiler. Wer unser Review zu Captain Marvel kennt, weiß aber, was ich da gesagt habe. Nämlich, dass ich Angst habe, dass Captain Marvel völlig overpowered ist. Nicht mal das ist eingetreten. Also von daher, das war meine größte Sorge, dass das irgendwie passiert, dass sie so wie Kai aus der Drehbuchkiste kommt und den Tag rettet. Und nein, das war super. Ich fand, jeder Charakter hat seinen Abschluss bekommen. Zumindest fällt mir keiner ein, der jetzt irgendwie keinen hatte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es sicherlich bei näherem Hin- und Herüberlegen sicherlich den einen oder anderen größeren Logikfehler und Plothole gibt, sie dich aber zu keiner Zeit angesprungen haben. Also du saßt nicht im Kino und hast dir gedacht so, hä, wieso verstehe ich nicht? Oder wieso macht er denn nicht das denn das? Das war also wirklich überhaupt nicht der Fall. Und was meine Gefühlswelt angeht, wie du sagst, ja, von Überraschung im ersten Viertel so, was, wie, hä, Moment, zu, ach geil, die machen so eine Nummer, das ist ja witzig. Da hätte ich jetzt ja gar nicht mitgerechnet, die ich dann gar nicht so langweilig fand. Bis zu, ja, einem tollen Abschluss und Rührung, ja, und jeder Charakter kriegt so seinen Moment. Ich fand, dass dann das aller, allerletzte Ende so ein bisschen, ja, dagegen, ja, okay. Aber gut, ansonsten fand ich super. Tricktechnisch muss man sagen, schwankte es durchaus. Also ich fand, dass gerade beim Hulk die Qualität extrem geschwankt ist. Also beim Hulk schwankte wirklich gerade am Ende, da sah der ganz schlecht aus. Also musste wohl fertig werden, die ganze Geschichte. Mir ist auch, wir haben letztens nochmal Infinity War geguckt, hier bei uns. Und da ist mir auch aufgefallen, dass das CGI von Mark Ruffalo's Kopf mit dem Hulkbuster-Anzug doch öfters mal nicht so ganz erst reingepasst hat. Ja, das stimmt. Interessanterweise hatten die eigentlich noch Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob dann doch so ein bisschen Crunch am Ende da war. Bei dieser selbst wie Infinity War gibt es halt ein paar Momente, wo natürlich nur alles aus der Greenscreen-Kiste kommt. Und wahrscheinlich hat das denen so ein klein bisschen das Genick gebrochen, was aber jetzt letztendlich gar nicht so viel auffällt. Nein, überhaupt nicht. Es ist Jammern auf hohem tricktechnischen Niveau, absolut, ja. Genau, so eine Gurke wie die, sorry, muss ich leider wieder draufhauen, Justice League kommt einfach da nicht raus. Nein, absolut nicht. Ja, natürlich. Nein, es ist lange kein perfekter Film. Da wollen wir nicht von ausgehen. Aber für das Marvel Cinematic Universe ist es der perfekte Schluss. Und ich sage, es ist so ein Schluss, dass welche, die unter Superhelden-Fatig leiden und keinen Bock mehr auf Filme von Superhelden haben, hier durchaus einen Cut machen könnten und sagen könnten, boah, war das ein geiler Film, war das eine geile Serie. Aber für mich ist jetzt Schluss und man müsste dann auch gar nicht weiter gucken. Ja, das hast du ja gleich im Anschluss, das war mehr oder weniger deine erste Reaktion. Ja, also es ist das perfekte Ende für diese Infinity-Saga, die die da hinbekommen haben und das ist so unglaublich. Gut, für diesen Film muss man alle Filme, beziehungsweise ein paar Filme vorher zumindest Infinity War und ein, zwei andere vorher gesehen haben, um irgendwas zu kapieren. Trotzdem ist es für eine Serie von Filmen, die ein einzigartiges Experiment im Kino waren und immer noch sind, echt der perfekte Abschluss und ich muss sagen, wow, meine Erwartungen wurden absolut übertroffen und die waren jetzt schon auch moderat hoch. Und weißt du, was mich am Ende mit nach kurzer Enttäuschung aber dann doch positiv zurückgelassen hat? Dass es keine Endcredit-Szene gab. Das wäre vielleicht, vielleicht piepste das gleich mal aus. Wieso? Das ist an sich ja schon ein kleiner Spoiler. Ach, das ist doch Bullshit, ohne Scheiß. Wer das hier als Spoiler will, der braucht uns nicht mehr hören. Das wird aus Worten verbieten. Okay, alles klar, gut. Und auch dein Gemecker mit dem Piepsen bleibt drin. Also Endcredit-Szene ist doch kein Spoiler, das wird ja ja albern hier. Okay, es gibt keine Endcredit-Szene. Was für mich eben auch das nochmal unterstreicht, was du gesagt hast. Es ist jetzt dieses, also jetzt gibt es noch den Epilog, okay, den hätte man ja auch wieder anteasern können. Oder es gibt ja die, die gesagt haben, oh, da kommt Galactus drin vor, keine Ahnung was. Vielleicht kommt er drin vor, vielleicht kommt er nicht drin vor, aber es gibt keine Endcredit-Szene. Also das macht für mich das Ding einfach zum Abschluss, sodass man sagen kann, wir teasern hier jetzt nichts mehr an, was irgendwie kommen könnte, sondern was jetzt kommt, ist neu. Ja. Es werden auch Dinge übergeben, ja, also alte Helden treten in den Ruhestand, manche Helden treten die oder treten die Nachfolge an. Da bin ich nicht Comic-Firm, um das nachzusehen. Ist eigentlich diese ganze Story überhaupt irgendwie als Comic oder ist das wirklich für alle neu? Das ist mehr oder weniger für alle neu. Die haben sich in jedem Film durch etwas inspirieren lassen und auch diese ganze Infinity-Saga, das hatte, glaube ich, Emu schon mal in einem der früheren Podcasts gesagt, ist letztendlich ein Comic, in dem das ähnlich funktioniert, dass Thanos dann ankommt. Und der will eigentlich die Lady Tod verführen und sucht deshalb die Infinity-Steine und will deshalb das Universum komplett auslöschen und nicht hier nur das halbe Universum. Also da haben sie schon sich stark inspirieren lassen, aber sind am Ende doch wirklich ihre eigenen Wege gegangen und sind nicht davon ausgegangen, dass man die Comics kennen muss, um diese Filme gut zu finden. Aber, wie du gerade eben gesagt hast, man sollte die Filme kennen, um diesen Film gut zu finden. Diesen Film, ja. Er heißt Endgame und es ist das Endspiel. Und wer unbedarft in diesen Film reingeht, der hat leider irgendwas falsch gemacht. Ja, man hat definitiv mehr Spaß, wenn man ein Endspiel guckt, wenn man die Regeln des Spiels kennt. Und von daher, also ich sag mal, was sollte man gesehen haben für Menschen, die es jetzt wirklich noch gar nicht gemacht haben? Ich sag mal, den ersten Avengers, Civil War, einen Guardians of the Galaxy, Infinity War und den. Dann kommt man, glaube ich, halbwegs. Naja, und mindestens, also man sollte schon schauen, den ersten Iron Man da, weil damit fängt das alles an. Ja, jetzt wird aber wieder zu viel. Das, was du wirklich sehen musst, sind eigentlich alle Avengers. Alle Avengers? Da musst du halt kaufen, dass es die Avengers gibt. Ja, okay. Machen wir es so. Was man übrigens auch schauen kann, was Marvel jetzt auf Twitter rausgebracht hat, ich weiß nicht, ob sie es woanders rausgebracht haben, alle wichtigen Endcredit-Scenes in eins kann man sich durchschauen, quasi. Muss man in einen Marvel-Twitter-Account gehen und sich die einzeln anklicken, aber letztendlich haben die offiziell alle Endcredit-Scenes einmal rausgebracht, damit die Leute wissen, wie es verbunden war. Ja, das ist schön, weil auf den Blu-Rays kriegen sie es nämlich nicht hin, der Endcredit-Scenes ein eigenes Chapter zu geben, die Pfeifen. Ja, echt? Haben die es nicht hinbekommen? Nein, zumindest nicht bei Infinity War. Muss man immer vorspulen, okay. Ja, extrem. War mir jetzt nicht so bloß. Und dann hat die halt nur 20 Sekunden, die triffst du ja fast gar nicht. Ja, naja. Egal. Ja, ja. Also für mich, im Kontext des MCU würde ich diesem Film 10 von 10 Punkten geben am Ende. Im Kontext von Filmen insgesamt, sagen wir mal, 8 ist ein guter Wert dafür. Kann ich absolut unterschreiben. Also es war für mich ein absolut würdiger Abschluss dieser MCU-Saga. Ja, wie gesagt, ich gucke gerne weiter, ich bin nicht super heldenmüde, aber wenn die jetzt gesagt hätten, wir machen nicht mehr weiter, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ach, schade. Ja, sondern macht so noch mehr. Ich würde sagen, okay, gut, dann ist es jetzt fertig in dem Wissen, dass sie es sowieso wieder machen. Aber alles gut. Von daher, ja, ich freue mich jetzt auf den Epilog in Far Far From Home mit dem Spider-Man. Und von daher bin ich mal gespannt, wie es dann da weitergeht. Ja, was soll ich noch sagen? Geht rein, aber es geht dir ja sowieso, ihr Nerds. Wenn man davon ausgeht, die haben jetzt, glaube ich, schon über 150 Millionen allein durch Vorverkäufe von Tickets eingenommen. Und die Projections für das wenigstens Startwochenende in Amerika gehen von 300 Millionen Dollar Einnahmen aus, was manche Filme in ihrer ganzen Laufzeit zusammenkriegen. Von mir, von der Blu-Ray kriegen sie noch ein paar Euro. Die werden schon nicht am Hungertuch nagen, die Jungs da. Das definitiv nicht. Gut, haben wir noch was? Nee, oder? Ist ein spoilerfreies Review. Das heißt, wir können jetzt gar nicht so viel darauf eingehen. Ja, wir sagen euch nur noch das am Ende. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion des Podcast-Imperiums